Deutschland besucht die Superstars. Na gut, vielleicht nicht ganz Deutschland. Aber doppelt so viele Besucher wie sonst strömten in den Berliner Zoo. Um sie zu sehen, die Million Dollar Berlis. Meng Meng und Chaochen. Und ein echter Superstar weiß, was er den Fans bieten muss. Panda-Dame Meng Meng zeigt den Walk, Schaukeln, Klimmzug, Balancieren, Hipshake und sogar den Moonwalk. Im wahrsten Sinne ein Träumchen. Und im Herrenhaus so? Naja, irgendeiner muss ja den Panda-Ruf aufrechterhalten und Shaoxing sein 12-Stunden-Schlafpensum erfüllen. Auch wenn es ohne Gaffer sicher entspannter ginge. Ja, war niedlich. Ich finde es toll. Das war mein Lebenstraum. Ich bin so glücklich. Wohl auch über die Spitzenmaskerade, die es von den bärigen Menschen gibt. Zusammen mit Recht und Ordnung. Durch die neue Panda-Anlage sind wir jetzt hier gut aufgestellt, um die Leute hier ein bisschen zu leiten, damit jeder die Möglichkeit hat, sich in Ruhe die Pandas mal anzugucken. Und bis jetzt läuft es sehr gut. Doch das nächste Groß-Event steht bereits ins Haus. Meng Meng feiert an diesem Montag ihren 4. Geburtstag. Und zudem wollen ihr sicher reichlich Fans persönlich gratulieren.